In unserer Reihe der Kandidaten für die OB-Wahl in Stuttgart ist heute der Kandidat der SPD gekommen in die Kontextredaktion, einstimmig vom Kreisverband hier gewählt, Martin Körner. Schönen guten Tag Herr Körner. Guten Tag Herr Siller, freue mich, dass ich hier sein darf. Mir geht es gut. Sie hatten ja kurz mal die Frage sich selbst gestellt, wie gut es Ihnen eigentlich geht. Ja, mir ging es jetzt am Montagfrüh nicht so gut und ich habe gedacht, ehe ich jetzt in alle möglichen Veranstaltungen renne und andere Leute möglicherweise gefährde, mache ich einen Test. Es wird ja auch empfohlen, das in so einem Fall zu machen. Ich bin immer noch ein bisschen erkältig, ich weiß nicht, ob Sie die belegte Stimme etwas hören, aber mir geht es gut. Der Test war negativ und ich war heute im Regen in Stammheim vor dem Supermarkt und auf dem Wochenmarkt und am Willemsplatz jetzt gerade eben auch unterwegs. Also ich schaffe das. Und Sie haben Rosen verteilt? Ich habe Rosen verteilt. 200 Leute. Für uns war wieder keiner mehr übrig. Ja, ich gebe zu, ich habe die alle komplett unter die Leute gebracht. Ja, man freut sich als Kandidat im Regen mit kleiner Menge und drumherum, ja auch wenn man alle los wird überhaupt. Ja, wobei das ehrlich gesagt ist nie ein Problem. Also ich habe jetzt glaube ich über 2000 Rosen verteilt und die kriege ich an den Mann und an die Frau. Es ist aber schon ein anderer Wahlkampf als in Corona-Zeiten. Es ist ein anderer Wahlkampf. Wenn man nicht mehr die großen Massen erreichen kann einfach. Es ist ein anderer Wahlkampf, vor allem bei den Veranstaltungen, bei den Podiumsdiskussionen sind einfach viel, viel weniger Menschen im Publikum. Gleichzeitig ist es so, dass online dann auch wiederum mehr, auch aufgezeichnete Diskussionen sich anschauen. Also insofern bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, ob das jetzt weniger Leute verfolgen als in normalen Zeiten. Aber es ist generell schon auch in Teilen eine andere Stimmung natürlich. Ja, also wir haben uns bei Contex jetzt auch, Sie sind der Erste, der hinter der Scheibe sitzt. Nicht weil Sie jetzt einen Test gemacht haben, sondern weil im Zuge der doch hochschnellenden Zahlen wir gedacht haben, halten wir hier nicht nur Abstand, sondern machen wir eine Scheibe dazwischen. Dann sind wir auf der ganz sicheren Seite. Dann habe ich Ihren Einfluss unterschätzt. Sie haben dafür gesorgt, dass pünktlich zu Ihrem Gespräch, heute ist Freitag der 16., wo wir uns unterhalten, die neuen Zahlen rauskommen. Also wie stehen die OB-Kandidaten in den Umfragen jetzt da? Da haben wir vorne Frau Kienzle, glaube ich mit 25. Ja. Dann sind Sie als Dritter schon, also Nopper mit 24 dazwischen und Sie mit 23. Genau. Wie werden Sie das? Positiv überrascht, enttäuscht oder wie erwartet? Ich finde das unheimlich ermutigend und motivierend, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich finde das sehr positiv. Ich bin auch positiv überrascht, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, von der Zustimmung. Ich erfahre zwar viel Zustimmung im Gespräch, aber da muss man ja immer vorsichtig sein. Die Leute, die mit mir sprechen, sind einem auch erstmal positiv gesonnen. Aber mich freut das unheimlich. Ich freue mich auf diesen Dreikampf da an der Spitze und das gibt nochmal richtig Schub für die nächsten drei Wochen. Besonders gefreut hat mich so eine Frage, da wird ja auch gefragt, mit wem haben Sie Probleme und so. Und ich habe so den Eindruck, dass gar nicht so wenig Befragte sagen, okay, der Körner könnte ein OB sein, der die ganze Stadt im Blick hat. Und ich glaube, dass das nicht ganz unwichtig ist für den Oberbürgermeister in Stuttgart. Gut. Zu Ihrem Wahlkampf gehört ja auch, dass Sie möglichst an alle Haushalte rankommen. Auch ich habe letzte Woche Post von Ihnen bekommen. Nicht ein anonymer Flyer in meinem Briefkasten, sondern ein Brief mit meiner Adresse drauf. So ist es. Wo haben Sie eigentlich meine Adresse her? Von der Landeshauptstadt Stuttgart. Das ist möglich. Alle Kandidatinnen und Kandidaten können, ich glaube, ab einem halben Jahr vor der Wahl von der Landeshauptstadt diese Adressen bekommen. Selektiert nach Alter. Wir haben das selektiert nach Erstwählern und nach älteren Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Und die kann man persönlich anschreiben. Klar ist auch, dass wir diese Daten einmal verwenden können und dann sind die auch wieder erledigt. Aber das ist möglich. Wer das nicht möchte, und das gibt es auch, kann sich, das ist vielleicht wichtig, bei der Stadt melden und aus dem Melderegister streichen lassen. Dann bekommt man auch nicht mehr solche Briefe. Aber das ist möglich. Finden Sie das gut, dass man extra Widerspruch einlegen muss, wenn seine Daten nicht weitergegeben werden können? Sollte es nicht eigentlich andersrum sein? Bei der Stadt sind meine Daten ja eigentlich sicher, dachte ich, und Vorausgabe geschützt. Und dann sollten die doch gefälligst mich fragen, ob ich das erlaube. Ja gut, aber es geht ja darum, für welchen Zweck werden denn diese Daten verwendet? Wer entscheidet, ob der Zweck sinnvoll ist oder nicht? Der Gesetzgeber hat das ja entschieden. Und ich finde die Entscheidung richtig, zu sagen, wenn es um eine demokratische Wahl in unserer Stadt geht, dann muss es den Kandidatinnen und Kandidaten möglich sein, die Menschen auch persönlich zu erreichen. Und ich finde, das ist auch für die Demokratie ganz wichtig, dass die Bewerberinnen und Bewerber das machen können. Weil ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich nehme zunehmend wahr, dass man das gar nicht mehr möchte, dass so ein demokratischer Entscheidungsprozess stattfindet, wo man natürlich auch Menschen ansprechen muss. Und ich finde das aber wichtig. Und ich finde, das gehört zur Demokratie auch dazu. Sie haben recht, da muss man abwägen. Und ich finde die Abwägung, die der Gesetzgeber in dem Fall getroffen hat, richtig. Sind Sie sicher, dass sonst keine Daten rausgegeben werden, wenn irgendjemand mal anfragt? Auch eigentlich für privatwirtschaftliche Zwecke? Also auf jeden Fall mal können private Unternehmen solche Daten nicht bekommen. Und das finde ich genauso wichtig. Aber nochmal, es geht um eine demokratische Wahl. Und es geht um Informationen über die Kandidatinnen und Kandidaten. Und ich bekomme unheimlich viele positive Rückmeldungen, gerade auch auf diesen persönlichen Brief. Ob das in Giebel war gestern Morgen auf dem Wochenmarkt oder heute auch in Stammheim, wo mich ältere Menschen ansprechen und sagen, sie haben einen Brief von mir bekommen, sie haben sich sehr gefreut. Sie kriegen aber nur die Adresse und das Alter. Das Alter kriege ich gar nicht, sondern der Landeshauptstadt sage ich, ab diesem Alter hätte ich gerne die Adressen. Dann bekomme ich die Adressen und den Namen. Und das war es und bekommen ja auch nur einmal. Also daraus geht nicht hervor, ob es ein Neuwähler ist, ein Jungwähler oder ein älteres. Doch, ich weiß, ich weiß, ab welchem Alter sozusagen diese Adressen gelten. Aber ich kenne nicht das Alter der einzelnen Personen. Okay, also Sie haben keine unterschiedlichen Briefe an Jungwähler geschrieben mit 17 Jahren und an Wähler mit 87. Ich glaube, wir haben die Erstwähler sogar noch mal anders angesprochen als über die Stadt. Aber bitte fragen Sie mich jetzt nicht genau, wie. Gut, dann lasse ich das. Alles klar. Apropos ansprechen. Es gibt ja nun auch eine, hatte ich immer den Eindruck in letzter Zeit, nachlassende Diskussionskultur in Deutschland. Es wird also mehr geschimpft und geflucht. Und es gibt ja nun auch ein paar Verweigere auf allen möglichen Ebenen, die ihre Verschwörungstheorien haben. Und nur noch an das glauben, was in ihrer Bibel steht. Ja. Erleben Sie sowas im Wahlkampf auch? Leute, die eigentlich die Schotten dicht machen und sagen, der kann erzählen, was er will. Ich habe die Wahrheit gefressen. Ab und zu erlebe ich das auch. Wie geht man mit denen um? Spricht man mit allen? Ja, ich spreche erstmal schon alle an, natürlich. Aber wenn jemand partout nicht mit mir reden will, um Gottes Willen, dann lasse ich es auch. Aber die allermeisten Menschen reagieren positiv. Und ich meine, ich mache das ja immer so, dass ich erstmal die Leute bitte, zur Wahl zu gehen. Und dann sage ich ihnen, und hier ist die Information über meine Kandidatur. Das heißt, ich überfalle die ja auch nicht, sondern spreche die, wie ich finde, angemessen an. Und dann mache ich eigentlich in aller Regel sehr positive Erfahrungen. Okay. Kommen wir mal auf Ihre Ziele und auf das, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie OB werden würden, worüber würden Sie sich am meisten freuen, nach zwei Jahren, dass die Leute sagen, boah, das hat der Körner geschafft? Ich würde mich am meisten darüber freuen, wenn die Leute sagen, boah, der geht das Thema bezahlbare Wohnungen wirklich ernsthaft an. Ich bin der Meinung, dass das eine der wichtigsten sozialen Fragen in unserer Stadt ist. Wir sind mittlerweile die teuerste Großstadt in ganz Deutschland, haben letztes Jahr München überholt bei den Bestandsmieten. Sonst wollen wir die Bayern immer überholen, aber da nicht, ne? Da nicht. Da würde ich gerne die rote Laterne abgeben. Und wenn wir das in zwei, drei Jahren sogar schon schaffen, umso besser. Aber das wird eine Daueraufgabe sein oder eine Aufgabe, die man nicht mal geschwind lösen kann. Aber das ist mir mit das Allerwichtigste. Dazu gehört ja vermutlich auch, dass vielleicht ein paar mehr Wohnungen im kommunalen Besitz oder der kommunalen Baugesellschaften sein sollten. Und da sind Sie ja, glaube ich, auch Aufsichtsrat bei der SWSG. Warum haben Sie so wenig Wohnungen? Gut, also Sie haben mittlerweile 19.000 Wohnungen. In Stuttgart, verglichen mit anderen Städten, ist das relativ wenig. Da haben Sie recht. Jetzt auf der historischen Zeitschiene bauen die schon Wohnungen auf. Machen Sie. Es ist auch geplant, das weiter auszubauen. Mir geht das ein bisschen zu langsam. Ich gebe Ihnen recht. Es gibt andere Städte wie zum Beispiel Hamburg, wo die Wohnung im Schnitt fast 20 Prozent billiger als in Stuttgart ist. Und das hat schon auch damit zu tun, dass es mehr kommunale Wohnungen gibt, aber im Übrigen auch mehr genossenschaftliche Wohnungen. Das spielt da mindestens die gleiche Rolle. Was war mit den LBBW-Wohnungen eigentlich, die, glaube ich, dann mal unter Ihren Kollegen Nils Schmid verkauft worden sind? Die LBBW-Wohnungen hat ja die Landesbank Baden-Württemberg verkauft. Also hat jetzt nichts mit städtischen Wohnungen zu tun. Die haben wir verkaufen lassen, statt dass die Kommune zugeschlagen hat. Ich finde, dass das ein ganz großer Fehler war, aber das hat er erstens nicht Nils Schmid alleine gemacht. Und zweitens hat er das ja nicht gemacht, weil er das ganz gerne machen wollte, sondern weil die Europäische Union die LBBW dazu verpflichtet hat, das zu tun. Und das war eine Rechtsvorgabe, die leider umgesetzt worden ist. Ich halte das auch für einen Fehler. Ich hätte es gut gefunden, wenn diese Wohnungen in öffentlicher Hand geblieben wären. Aber, Herr Siller, vielleicht kriegen wir die ja auch mal wieder in städtischer Hand. Ich zumindest würde gerne dafür arbeiten. Sie haben plakatiert, 30.000 neue Wohnungen wollen Sie schaffen. Also nicht gleich auf einen Streich, aber über die Jahre erst mal. Wie soll das funktionieren? Wo wollen Sie die hinbauen? Also wir haben ein Programm, das nennt sich Zeitstufenliste Wohnen, wo ungefähr 25.000 Wohnungen beschrieben sind, die in der Innenentwicklung entstehen können. Davon die allermeisten hinter dem Hauptbahnhof. Das ist der Bereich, wo wir 7.500 neue Wohnungen im Innenbereich schaffen können, auf städtischem Grund und Boden. Da müssen wir vor allem mehr Gas geben, damit das schnell nach der Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofs funktionieren kann. Wir haben darüber hinaus einen Karlsruher Bürobeauftrag, das noch mal mehr Potenzial in der Innenentwicklung eruieren soll. Die sind da auch gut unterwegs. Sodass ich sagen würde, 80.000 bis 90.000 Prozent von den 30.000 können wir in der Innenentwicklung entwickeln. Es gibt auch andere Flächen, am Neckar, Eiermann-Arealen, Vahingen, Böckinger Straße, Zuffenhausen. Also 80.000 bis 90.000 Prozent. Und, ja, und da unterscheide ich mich auch von dem einen oder anderen Mitbewerber, und das ist ja auch gut, dass es Unterschiede gibt, ich bin der Meinung, dass 10 bis 20 Prozent dieses Bedarfs auch an der einen oder anderen Stelle am Siedlungsrand entstehen sollte. Vor allem da, wo der Nahverkehr, die Stadtbahn einfach hinzubringen ist, wo die Jobs sind, wo man dann auch mit der Stadtbahn hinkommt und nicht irgendwo aus der Region wieder mit viel Aufwand und Verkehrsstau. Und wenn wir da am Siedlungsrand mal etwas Größeres haben, wo wir sagen, da könnte so etwas entstehen, dann bin ich der Meinung, können wir sowas auch mal in einem Bürgerentscheid klären. Aber ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir die explodierenden Mieten begrenzen wollen, auch viele neue Wohnungen brauchen. Ich glaube, dass diese Wahrheit, aus meiner Sicht ist es eine Wahrheit, das kann man natürlich auch anders sehen, auch diskutiert gehört, auch in einem Oberbürgermeisterwahlkampf diskutiert gehört. Und ich bin der Meinung, wir brauchen das. Im Übrigen sind die 30.000 noch nicht vom hohen Himmel gefallen, sondern es ist ungefähr der Bedarf, den wir auch haben. Das wäre ja vernünftig, wenn man das baut, was man auch braucht. Wie viele davon, Sie sagen ja, für jeden Geldbeutel soll da zumindest Wohnungen dabei sein. Wie viele wären davon dann sozusagen Sozialwohnungen? Naja, also das ist ja unheimlich schwer zu beziffern, weil wir bei den Sozialmietwohnungen, je nachdem, ob das Grundstücke in privater Hand sind oder ob das Grundstücke in öffentlicher Hand sind, unterschiedliche Möglichkeiten haben. Wenn auf privatem Grund und Boden neu gebaut wird und der Bebauungsplan muss gar nicht geändert werden, dann haben wir Stand heute als Stadt leider gar keine Möglichkeiten, Sozialmietwohnungen zu verpflichten. Ich hoffe, dass sich das jetzt gerade in Berlin ändert bei der Novellierung des Baugesetzbuches. Wenn wir einen neuen Bebauungsplan erarbeiten müssen für private Grundstücke, dann können wir vorgeben, 30% geförderte Wohnungen zum Beispiel. Und auf öffentlichen Grundstücken haben wir das natürlich selber in der Hand. Ganz grundsätzlich brauchen wir mehr Sozialmietwohnungen im Neubau, aber im Übrigen auch im Bestand. Wir können ja auch Bestandsmietwohnungen mit einer Subvention neu Mietpreis binden und auch Belegungs binden. Das wird im Übrigen mindestens genauso wichtig sein wie im Neubau. Auf jeden Fall müssen wir den Trend umkehren der letzten Jahre, wo die Zahl der Sozialmietwohnungen immer weiter runtergegangen ist. Das muss wieder nach oben gehen. Die Zahl der Wohnungen geht auch deshalb nach unten, weil die irgendwann auf den freien Markt kommen. Die Sozialbindung bleibt ja nicht auf Dauer. Genau so ist es. Ich meine, ganz auf den freien Markt kommen sie auch nicht, aber irgendwann endet die Mietpreisbindung und dann kann man sozusagen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete wieder im Rahmen des gesetzlich Möglichen die Miete erhöhen. Die sind dann auch nicht sofort wieder auch ganz teuer. Es ist schon auch wichtig, dass das auch noch ein bisschen nachläuft. Aber Sie haben recht, das ist ein Problem bei den geförderten Wohnungen, dass irgendwann die Mietpreisbindung ausläuft. Ich bin zum Beispiel der Meinung, wir bräuchten auch Förderprogramme, die vielleicht auch mal 50 Jahre Belegungsbindung haben. Wir haben heute meistens 20, manchmal auch 30 Jahre, das ist aber schon selten. Und das ist auch etwas, was wir besser machen können. Die Förderprogramme, die es schon gibt, ein bisschen auf die Höhe der Zeit bringen. Warum gibt es die Bindung überhaupt? Ja gut, das ist ein Rechenexempel. Wenn Sie als Stadt oder als Land, das sind ja in der Regel landesgeförderte Wohnungen, ein Betrag X auf den Tisch legen und sagen so, du Bauherr bekommst dieses Geld nur, wenn du die Miete günstiger machst, als es der Markt eigentlich hergibt. Das entschädigt dich sozusagen für diese Differenz. Dann ist das, ist die Subvention X, reicht dann eben nur für so und so viele Jahre. Es gibt auch ein paar, aber aus meiner Sicht bewältigbare rechtliche Gründe. Aber das ist letzten Endes eine Frage, mit wie viel Geld subventioniere ich eine neue Wohnung, damit sie eben 10, 20, 30 oder 50 Jahre dann auch preisgebunden sein kann. Aber wenn ihr im kommunalen Besitz ist, dann muss man ja keinen Investor entschädigen für ein Nachlassen der Miete. Nö, deswegen sind ja kommunale Wohnungen fast noch wichtiger als Sozialmietwohnungen. Allerdings hat auch die kommunale Gesellschaft Sozialmietwohnungen, die nochmal in der Förderung generell ein Drittel unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Aber auch die anderen städtischen Wohnungen sind günstiger als auf dem Markt. Die SWSG, die städtische Wohnungsbaugesellschaft, ist da schon ziemlich gut unterwegs. Na, ich kann mich jetzt an das Eiernest erinnern. Die Wohnungen werden ja nun auch quasi verkauft. Erstmal an Leute, die wenig Geld haben und Kinder in Stuttgart haben. Alle schön und gut, aber noch 10 Jahre können sie das Ding versterben. Auf dem freien Markt, für das Doppelte, wie für den Einstand. Dann sind die Wohnungen raus. Die kriegt dann nie wieder eine alleinstehende Mutter mit wenig Geld. Haben Sie vollkommen recht. Das ist eine Entscheidung, die, glaube ich, jetzt mal geschätzt 15 Jahre alt ist oder so. Das war das, worauf man sich damals geeinigt hat. Von denen, die da wohnen, höre ich da sehr viel Positives auch. Aber Sie haben recht, es besteht der Nachteil. Ich finde das auch toll, wenn ich da die Wohnung gekriegt hätte, finde ich es auch super. Aber warum die nicht den etwas weniger betuchten Leuten erhalten bleiben, das begreife ich nicht so richtig. Ja gut, also Sie sind ja jetzt, also das sind sicherlich jetzt nicht in der Regel Wohnungen, die dann sozusagen nur an die allerbetuchtesten gehen. Aber ich verstehe Ihren Punkt schon, nur es bringt ja jetzt nichts zurückzublicken. Die Entscheidung ist 15 Jahre alt. Man kann versuchen zu verhindern, dass es in anderen Gebieten auch so geht mit städtischen Wohnungen. Ja, also sagen wir mal so, wenn das als heute nochmal aufgerufen werden würde, aber ich kann Ihnen versichern, dass sowas wird gar nicht mehr so entschieden, dann wäre das ein Thema. Da gebe ich Ihnen recht, aber also ich kann mich nicht entsinnen, seit sechs Jahren bin ich in dem Gremium, dass das überhaupt irgendwann mal ein Thema gewesen wäre. Okay, jetzt haben wir über Wohnen gesprochen, das war, wir haben eben mit den Umfragen angefangen, da ging es ja nicht nur um Personen, sondern auch um die Themen, die den Wählerinnen und Wählern wichtig sind. Da war Wohnen an Nummer zwei. Ja. Und Mobilität und Verkehr an Nummer eins. Und da ist dann die Frage, wie kriegen Sie das in den Griff, dass die Innenstadt nicht verödelt, dass die lebenswerter wird, dass nicht alle Leute auf ihr Auto verzichten müssen und trotzdem sowohl für die Luft als auch fürs Leben es angenehmer wird in der großen Innenstadt. Ja, das ist die große Frage, die Sie gelassen sozusagen jetzt aussprechen. Ja, Fragen kann man immer ganz gelassen. Genau, also das ist natürlich eine der größten Aufgaben überhaupt. Mich überrascht im Übrigen auch nicht, dass das auf Nummer eins ist, weil das in ganz vielen Gesprächen, auch auf allen Einwohnerversammlungen das Thema Nummer eins ist. Ich glaube mal, ganz grundsätzlich ist es so, dass wir in der urbanen Welt der Städte schon weniger auf das Auto setzen müssen, als das heute der Fall ist. Wir dürfen dem Auto, glaube ich, gerade jetzt, wenn wir hier an der Hauptstädter Straße sind, nicht so viel Raum mehr geben, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wichtig ist es dann aber auch, dass man attraktive Alternativen anbietet. Aus meiner Sicht die aller, aller wichtigste Alternative, ein ganz starker Nahverkehr. Ich finde, Stuttgart sollte mal den Anspruch formulieren, den besten Nahverkehr in Deutschland zu bieten. Und es gibt Städte, die uns ja auch vorgemacht haben, dass das funktionieren kann, dass die Leute noch mehr Bus und Bahn auch nutzen. Da gehört ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis dazu. Das heißt, wenn wir uns die Leistung anschauen, mehr Stadtbahnen, längere Stadtbahnen, neue Stadtbahnverbindungen, auch mehr Busverbindungen im Übrigen. All das kostet Geld. Das heißt, es geht auch darum, die Finanzierung der Stuttgarter Straßenbahnen auf solide Füße zu stellen. Da gibt es auch etwas zu tun. Und dann geht es natürlich auch um den Preis, den die Fahrgäste zahlen sollen. Ich halte sehr viel von dem 365 Euro Jahresticket, was es in Wien gibt. Was wir jetzt, das ist im Übrigen etwas, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, für die Schülerinnen und Schüler und für die Azubis, für das ganze Verbundgebiet auch haben werden. Das muss für die Studierenden als nächstes kommen, das muss für die Seniorinnen und Senioren als nächstes kommen und dann auch für die Beschäftigten. Ich glaube, dass wir darauf vor allem setzen sollten und natürlich hier auch in der Innenstadt, ich habe es erwähnt, geht es auch um städtebauliche Maßnahmen, die klar machen, das Auto muss weniger Platz bekommen als heute. Da ist es ja irgendwie relativ kontraproduktiv, dass die VVS die Preise wieder anhebt. Ja, ich halte das auch für nicht gut und gelungen, aber es wurde so entschieden. Die Finanzierung des Nahverkehrs ist ein kompliziertes Thema. Ich finde, dass die Fahrgäste momentan nach wie vor zu viel zur Finanzierung des Gesamtsystems leisten müssen. Es ist deutlich mehr als 50 Prozent der gesamten Kosten, die da anfallen. Ich fände 50-50 fairer. Wir haben allerdings, das muss man der Fairness halber auch sagen, zum 1. April 2019 eine Tarifreform gemacht, die bundesweit für ganz viel Aufsehen gesorgt hat, wo wir aus Stuttgart eine Zone gemacht haben. Und auch wenn Sie von Stuttgart raus, außerhalb nach Stuttgart reinfahren, sparen Sie sich eine Zone. Das war eine Preissenkung, je nachdem, wo Sie unterwegs sind, von 10, 20, manchmal 25 Prozent. Und auf dem Weg müssen wir weitermachen. Sie sagen, das ist nun mal so entschieden worden. Da gehören immer Menschen, Parteien und Machtpolitik dazu. Wer hat es entschieden und wer war dagegen? Naja, das wissen Sie wahrscheinlich, wie das läuft. Entscheidend ist eigentlich eine Abstimmung im Aufsichtsrat der SSB. Und wenn da eine Mehrheit dafür ist, dann ist es eigentlich fast schon gegessen. Und ich werde Ihnen jetzt aber nicht aus vertraulicher Sitzung erzählen, wer da wie abgestimmt hat. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe dem nicht zugestimmt. Aber ich will mir auch keinen schlanken Fuß machen. Da gibt es Arbeitnehmer und da gibt es Arbeitgeberseite und eine Mehrheit hat das so entschieden. Dann ist jetzt, was den Verkehr angeht, auch gerade die Radspur auf der B27 im Gespräch. Wie nennt man das jetzt? Pop-up-Bike-Lane. Ja. Die wird wieder abgeschafft. Die wird wieder abgeschafft, weil das Amt für öffentliche Ordnung uns auseinandergesetzt hat, dass es rechtlich nicht anders geht. Die sind nicht gefährdet genug, die Radfahrer. Ich glaube, so ungefähr war die Argumentation. Das ist für die Logik. Ja, aber ehrlich gesagt würde ich gerne noch etwas anderes dazu sagen. Ich bin selber ja wirklich passionierter Radfahrer. Ich bin in diesem Jahr weit über 2000 Kilometer in der Stadt Stuttgart mit dem Rad unterwegs. War heute früh in Stammheim, wieder zurück mit dem Fahrrad. Ich persönlich fand die Pop-up-Bike-Lane als Radfahrer nicht optimal. Die Übergänge waren gefährlich. Ich finde es viel wichtiger, als über die Pop-up-Bike-Lane weiter zu diskutieren, dass wir da einen gescheiten Radweg etablieren. Dafür müssen die Stellplätze an der Seite fallen. Ja, das sehe ich so. Ich halte es aber auch für vertretbar. In den benachbarten Tiefgaragen ist Platz genug. Aber da brauchen wir einen richtigen Radweg. Der ist auch sicherer und viel besser als das, was wir jetzt da als Pop-up-Bike-Lane hatten. Wir haben ja auch in unserem standardisierten Fragebogen die Frage drin gehabt, sind weniger Autos besser als mehr? Ich darf Ihre Antwort vorlesen. Sie kennen sie wahrscheinlich selber auch noch auswendig. In der Stadt ja. Bei der Produktion in Stuttgart nein. Genau. Das heißt, Sie wollen die Arbeitsplätze retten und trotzdem weniger Verkehr in der Stadt haben. Genau. Das ist der Hintergrund. Genau. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Ja, ja. Aber insgesamt machen die Autos überall Dreck und Lärm und Abrieb. Egal ob in der Stadt oder auswärts. Ja, selbstverständlich. Aber ich meine, die Menschen auf der Welt haben die freie Entscheidung, ob sie ein Auto kaufen möchten oder nicht. Ich möchte es ihnen auch nicht verbieten oder vorgeben. Mal abgesehen davon könnte ich es auch gar nicht. Und ich finde das schon wichtig, dass wir unsere Autoindustrie nach wie vor hier in Stuttgart haben. Die muss sich verändern. Die muss sich neu aufstellen, auf neue Antriebsarten einstellen. Aber Tausende von Stuttgarter Familien leben davon, dass auch dort Autos produziert werden. Ich war gestern beim Bosch. Ich war beim Daimler im Neckartal. Und da machen sich viele Sorgen um diese Arbeitsplätze. Und ungefähr jeder dritte Euro, den Sie und ich in der Tasche haben, kommt aus der Industrie in unserer Stadt. Und ich finde, dass man da nicht einfach so sagen kann, was soll's, so what, weg mit der Autoproduktion. Das hinterfragt ganz viel Sicherheit und auch Einkommen von ganz vielen Familien. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass der Oberbürgermeister dieser Stadt sagt, ja, es gehört auch ein bisschen zur Identität unserer Stadt, Industriestadt zu sein. Und wir wollen das auch in Zukunft sein. Und das habe ich versucht, mit dem Hinweis zu geben. Aber dass sich die urbane Mobilität ändern muss, ich glaube, das hat auch der Daimler begriffen. Und das begreifen auch immer mehr Menschen. Und das ist nochmal ein anderes Thema. Die deutsche Automobilindustrie hat es etwa 10 bis 15 Jahre zu spät begriffen. Aber inzwischen ist es, glaube ich, durch. Es wird Tausende von Arbeitsplätzen weniger geben. Nicht nur beim Daimler, sondern auch bei Mahler und bei Bosch und wie die Zulieferer alle heißen. Wollen wollen Sie die runterbringen? Die werden nicht alle erst ihren Job verlieren, wenn sie 65 oder 67 sind. Naja, erstmal möchte ich schon dafür arbeiten und mich dafür einsetzen, dass es eben nicht Tausende weniger werden. Der E-Motor braucht nun mal weniger Arbeitskräfte als der Verbrennermotor. Aber es geht zum Beispiel ganz entscheidend, Sie haben das ja angesprochen, und ich glaube, Sie haben das da auch gemeint, zum Beispiel um die Zeitschiene. Über welche Zeitschiene reden wir denn, wo dann auch Arbeitsplätze im Verbrennerbereich reduziert werden? Das macht einen gravierenden Unterschied, ob wir da über zwei, drei Jahre oder über fünf bis zehn Jahre reden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, bei dieser Transformation, die kommen wird, da gebe ich Ihnen recht, die Menschen ja auch irgendwie ein bisschen mitzunehmen. Und ich finde, da ist schon genug Tempo drin, durch die auch weltweite Entwicklung und durch die Transformation, die da stattfindet. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns da auch als Stadt überlegen. Da geht es ja auch um Flächenentwicklung, da geht es um Infrastruktur für E-Autos, Stichwort Elektro-Ladestellen, dass wir da unseren Beitrag dafür leisten, dass dieser Übergang halbwegs sozial laufen kann. Und dafür kann man schon auch was tun. Ja, Arbeitsplätze wird es auf jeden Fall kosten. Die Frage ist immer, was kostet mehr Arbeitsplätze, den Verbrenner möglichst schnell abzuschaffen oder möglichst lange an einer Fertigung festzuhalten, die eigentlich steinzeitmäßig ist. Also zu lange an Altbewährten festzuhalten, was nicht mehr zukunftsfähig ist, kostet noch mehr Arbeitsplätze, würde ich jetzt mal postulieren. Also wenn Sie die Konkurrenzsituation und die Situation auf dem Automarkt weltweit anschauen, erstmal grundsätzlich davon auszugehen, dass das da nicht schnell genug mit Wandel ginge, halte ich für falsch. Ich glaube, dass da ein gigantischer Druck auf dem Kessel ist, dass da schon unheimlich viel Tempo drin ist, das auch viele Menschen überfordert. Und das sage ich jetzt auch mal als Ökonom, dass es diesen Wandel gibt. Das stimmt, aber ich glaube, wir müssen eher dafür sorgen, dass das, sagen wir mal, in einem Tempo stattfinden kann, wo normale Leute auch noch mitkommen. Das wäre mir eher wichtig. Also ich finde nicht, dass wir da sozusagen noch mehr Gas geben müssen. Also das Ausland hat es uns vorgemacht, dass es schneller besser ist. Und die deutsche Automobilindustrie ist relativ lahm hinterhergelaufen. Also die deutsche Autoindustrie ist nach wie vor die erfolgreichste Autoindustrie der Welt. Und zwar bis ins aktuelle dritte Quartal hinein, wo der Daimler wieder einen satten Gewinn gemacht hat. Den Unternehmen geht es sehr, sehr gut, auch weil da hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Und umso mehr könnten sie in neue Technologien stecken. Der Meinung bin ich auch, das müssen sie auch tun. Ich meine, die Investitionen finden ja auch zum Glück statt. Wenn Sie schauen, Porsche in Zuffenhausen hat seine Flächen fast verdoppelt, mit einer Elektroautofertigungslinie und vielem mehr. Und jetzt wird es darum gehen, dass der Daimler im Neckartal Forschung und Entwicklung für die neue E-Mobilität etabliert und für alternative Antriebsformen, aber auch verarbeitendes Gewerbe, Fertigung, Produktion zum Beispiel von der Batteriezelle. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Noch ein weiteres Thema, wenn auch nur ganz kurz angeschnitten. In der Prioritätenliste bei diesen Umfragen kam Stuttgart 21 noch vor Corona-Maßnahmen. Das hat mich gewundert, weil Corona eigentlich ganz oben ist. Zeigt aber auch, dass Stuttgart 21 immer noch die Gemüter sehr bewegt. Hatten wir auch eine Frage zu, muss ich vorlesen. Was denken Sie, wenn Sie in die Stuttgart 21-Baugrube blicken? Wissen Sie noch, was Sie geschrieben haben? Sagen Sie es mir mal. Wow. Ja, weil ich das für eine sehr beeindruckende Baustelle halte. Das heißt, Sie waren immer und sind immer noch Stuttgart 21-Fan? Das ist jetzt nochmal eine andere Frage. Ich wollte es interpretieren. Also erstmal finde ich diese Baustelle beeindruckend. Ich finde, dass das mitten in der Stadt, das erleben wir ja auch alle, was das für eine Baustelle ist. Fragen Sie mal die Leute, die die Baustelle in der Stadt sehen, was die dazu sagen. Um Gottes Willen, wie lange das denn noch? Ja, ja, ich gehöre dazu. Ich bin ja auch einer derer, die da ab und zu vorbeilaufen und die Belastung ja auch empfinden. Aber ich gebe das zu. Das beeindruckt mich auch, was da an Ingenieursbaukunst nehmen Sie diese Kelchstützen. Also mich beeindruckt das. Das wollte ich erstmal damit sagen. Das ist die Optik, die hinter dabei rumkommt. Das Wichtige, eigentlich ist es ja gemacht worden, na gut, es war ein Städtebauprojekt für Wohnraum und so, aber es sollte ja auch ein besserer Bahnhof dabei rumkommen. Glauben Sie daran? Ich verspreche mir davon was. Städtebaulich, wohnungspolitisch, auch verkehrlich verspreche ich mir davon was. Glauben Sie, dass der einstmals pünktlichste Bahnhof in Deutschland noch pünktlicher wird? Mit halb so vielen Gleisen? Ich glaube erstmal, dass das Landesverkehrsministerium, das dem Projekt ja nicht nur wohlgesonnen gegenübersteht, Recht hat, dass wir in der Spitzenstunde 30 Prozent mehr Züge in diesem neuen Bahnhof bewegen können. Was vor allem daran liegt, dass die Zu- und Abfahrtsgleise von heute fünf auf acht erhöht werden. Ich verspreche mir was von dem Fildertunnel aus dem Süden Stuttgarts, weil die Verbindung von Tübingen und von Reutlingen nach Stuttgart wesentlich schneller und attraktiver wird. Ganz wichtig, wenn wir hier auf der B27 auch weniger Autos haben wollen. Ich verspreche mir auch was von dem neuen S-Bahn-Halt in der Midnachtstraße, weil ganz viele Umsteige, Beziehungen im Hauptbahnhof nicht mehr notwendig sein werden. Aber ich habe den allergrößten Respekt vor denen, die das Projekt wesentlich skeptischer sehen. Ich finde, man kann das auch mit guten Gründen, zum Beispiel aufgrund der Kosten, ganz kritisch sehen, auch ablehnen. Ich verspreche mir was davon, verkehrspolitisch, aber auch für den Städte- und den Wohnungsbau. Es erstaunt fast ein bisschen, zumindest erstaunend, dass die Befürworter ist, alle Leute, die jetzt nichts mehr damit zu tun haben, also ehemalige Bahnstädte und so, dann hinterher gesagt haben, weil sie nicht mehr in Amt und Würden waren. Ja, meine Idee war, die hätte ich auch nie gemacht. Und die wussten, wovon sie reden. Ja gut, aber die Deutsche Bahn, da muss man ja ein bisschen genauer hingucken. Es wird ja oft das Thema Wirtschaftlichkeit angesprochen. Die Bahn ist ja mal gestartet damit, dass das ein eigenwirtschaftliches, betriebswirtschaftlich rentables Projekt wird. Ja, das ist ja noch schon lange vorbei. Ja genau, das schmerzt sicherlich auch manche dort. Mich schmerzt das nicht, weil ich weiß... Das fehlt aber woanders, wo es nötiger gewesen wäre, vor allem im Wetterverkehr. Ich sage Ihnen auch, mich das nicht schmerzt, weil ich weiß, dass jede Infrastruktur in Schiene und Bahnen, das gilt übrigens nicht nur für Züge der Deutschen Bahn, sondern auch für Stadtbahnen, Geld kostet. Und dass das nicht betriebswirtschaftlich sich rechnet, sondern wenn überhaupt, dann rechnet sich das volkswirtschaftlich. Ich habe Ihnen beschrieben, warum ich mir was davon verspreche. Wir werden eine Neubaustrecke Richtung Augsburg und Ulm und München dann bekommen, die uns dort ganz richtig viel bringt und die muss in den neuen Bahnknoten eingebunden werden. Das heißt, wir hätten so und so auch bei K21 sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und es wurde jetzt so entschieden, wir haben es ausgiebig diskutiert, die Grundsatzdebatte ist durch. Jetzt müssen wir auch was draus machen. Gut, Sie sind in den Umfragen jetzt auch zu Ihrer eigenen Überraschung sehr gut weggekommen, was die OB-Kandidaten-Umfrage angeht. Es gibt aber auch eine Umfrage, was das Land angeht. Da präpelt die SPD jetzt, glaube ich, bei 11 Prozent rum. Also es geht nicht mehr darum, vorne mitzuhalten und neue Höchststände, sondern noch gerade mal zweistellig zu bleiben. Das ist für die älteste deutsche Volkspartei natürlich eine Katastrophe. Müssen wir jetzt auch nicht im Detail diskutieren. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, die SPD ist eigentlich viel mächtiger, als die Leute, die das draußen gemerkt haben. Sie hat zum Beispiel Stuttgart 21 mitmöglich gemacht. Wenn die dagegen gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht gekommen. Das würde ich jetzt mal so sagen. Und Sie haben auch vor vielen Jahren dafür gesorgt, dass Herr Schuster OB wurde und nicht Rett so schlauch. Das liegt am Stuttgarter Wahlrecht, dass es keine Stichwahl zwischen den beiden Besten gibt, sondern dass beim zweiten Wahlgang jeder noch mal antreten kann. Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie sich verhalten, wenn Sie Dritter werden? Wenn die Umfragen entweder das Ergebnis widerspiegeln? Habe ich mir noch überhaupt nicht überlegt, weil ich jetzt erst mal mit einer ganz hohen Motivation, auch aus der Umfrage heraus, aber auch aus vielen Rückmeldungen in diese drei Wochen gehe, die jetzt vor mir liegen. Ich bin sehr optimistisch. Ich freue mich auf diesen Dreikampf an der Spitze um den Platz 1. Darauf konzentriere ich mich jetzt. Alles andere interessiert mich nicht. Ich bin Sozialdemokrat, bin das auch aus Überzeugung und auch mit einem gewissen Stolz auf das, was die SPD auch für Deutschland insgesamt geleistet hat, auch in den letzten 20 Jahren. Aber bei der Oberbürgermeisterwahl geht es um eine Persönlichkeitswahl. Da geht es darum, was ist das auch für ein Mensch, der sich da zur Wahl stellt. Und da habe ich das halt anzubieten, was ich anzubieten habe, auch meine Berufserfahrung. Und ich glaube, die Leute gucken sich das auch an und die Bürgerinnen und Bürger entscheiden danach auch. Und darum geht es jetzt mal. Und über den zweiten Wahlgang, Herr Siller, unterhalten wir uns dann am Montag, den 9. November, aber nicht vorher. Na gut, ich hatte eigentlich auch keine andere Antwort erwartet. Insofern bin ich jetzt nicht wirklich enttäuscht. Sie sagten ganz zu Recht, das jetzt noch zum Schluss, weil unsere Zeit läuft uns davon, dass es eine Persönlichkeitswahl ist. Deswegen gibt es zwei SPD-Kandidaten, auch wenn der andere seine Mitgliedschaft im Moment dann ruhen lassen muss, damit er nicht aus der Partei fliegt. Haben Sie mit Marian Schreier schon mal ein Bier getrunken? Kein Bier, aber wir haben miteinander, ich glaube, ein Glas Wasser getrunken. Also wir haben uns zu zweit getroffen und uns auch gut unterhalten. Nicht nur einmal. Aber ich finde erst mal, Sie haben ja auf die SPD-Bezug genommen, finde ich, ist das doch ein Zeichen, ein gutes Zeichen, dass diese Partei bei allen Schwierigkeiten, die sie hat, Sie haben das ja beschrieben, dass da gleich zwei gute Leute unterwegs sind. Und das finde ich gar nicht schlecht. Nicht schöner reden, als es ist ein offiziell nominierter SPD-Kandidat, kann sich nicht freuen, wenn aus der eigenen Parteikonkurrenz kommt. Ja, das ist jetzt eine andere Frage. Ich freue mich darüber auch nicht. Aber ich jetzt mal ganz grundsätzlich, finde ich, zeigt das, dass es da viele gute kommunale Leute in der SPD gibt. Aber es ist elegant rausgeholt. Ist okay, lassen wir so stehen. Will ich Sie gar nicht weiter peinigen. Wir müssen zum Ende kommen. Sie sind auch VfB-Mitglied und Fan. Was ist wahrscheinlicher, dass Körner OB wird oder dass der VfB Meister wird? Das ist beides gut möglich. Der VfB hat das in der Vergangenheit schon gezeigt. Er ist immerhin mehrfacher deutscher Meister. Und dass der Körner OB wird, ist doch spätestens seit heute. Das würde ja in diesem Jahr noch der Fall sein. Beim VfB wäre die laufende Saison aber dafür dann vielleicht doch. Also okay, sagen wir mal, in der laufenden Saison wäre es jetzt sehr ambitioniert. Wenn wir jetzt den gleichen Teilraum nehmen, Sie werden dann eher OB als der Fall. Nein, also jetzt verstehe ich, was Sie meinten. Sagen wir mal, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, beim VfB. Ja, das stimmt. Herr Körner, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Sellers. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Herr Sellers.